Trotto, die Bahnwette im Internet. Heute zeige ich euch, wie man einen Tippeltom auf Trotto abgibt. An vielen Mariendorfer Renntagen wird die V7 Plus angeboten. Das ist beim Wetten die Königsdisziplin. Man muss in sieben ausgewählten Rennen jeweils den Sieger der Rennen bestimmen. Seid ihr die einzigen, dann warten auf euch mindestens 10.000 Euro. Dabei kann euch Tippeltom zur Hilfe eilen. Ein Tippeltom ist perfekt für alle Neueinsteiger, aber auch für den ein oder anderen Experten unter euch. Im Lotto nennt man es Quicktip, aber beim Tippeltom orientiert man sich am Wettverhalten der anderen und so können spannende Tipps dabei herausspringen. Hierfür gehen wir beim Rennort Berlin Mariendorf auf das V7 Plus Symbol und es öffnet sich der V7 Plus Wettschein. Die V7 Plus Wette läuft in den Rennen 4 bis 10. Danach scrollen wir herunter und drücken auf den Button Tippeltom aktivieren. Nun sind alle Rennen aktiviert. Jetzt bestimmen wir unseren Gesamteinsatz. Hier können wir aus verschiedenen vorgegebenen Beträgen wählen oder einen manuellen Betrag einsetzen. Wir haben uns für 24 Euro entschieden. Und drücken auf Wette abgeben. Das ist unser Wettschein und wir wünschen euch nun viel Erfolg. D jusqu'o Untertitelung des ZDF für funk, 2017